Juhu, wir gehen ins End. Ja. Noch mehr Enderman. Wow. Oh, großartig. Es wird einfach besser werden. Wo ist Axel? Er war genau hinter mir. Ja. See, I told you I pay you back. Get off. Oh, jeez. Oh, man. Are you hurt? What? No, I'm not crying. Just look. Oh, Jez. Oh, Jez. Und da... Das amulet funktioniert nicht im Endeffekt. Ah, großartig. Mann, also wir waren gebrochen und jetzt sind wir verloren. Also, wir gehen von einer Todesmachin, die uns fast schraubt, und wir landen hier. Im Endeffekt. Zumindest wir sind hier. Und gut. Ja. Wir mussten nur aufhören, bis wir zu Sorin kommen. Das ist mein Charakterwechsel. Da ist er. Hat das einfach passiert? Ich kann nicht glauben, dass das einfach passiert. Das ist, wo wir sind. Das stimmt. Wir müssen gehen. Jeder, hinter mir. Ich werde die Intamin. Ich folge meine Führung und ich werde... Ich werde dich beschützen. Nein. Es ist okay. Ich gehe zuerst. Eigentlich, du weißt? Ich gehe. Ich gehe. Gib mir eine Chance. Jeder, folge Lukas. Okay, lass uns den Zeitpunkt hochziehen, okay? Komm, komm, komm. Gut gemacht, Lukas. Ah, das war doch leid. Gut gemacht, Lukas! Danke. Und du auch, Jesse. Danke, dass du mir einen Schuss gegeben hast. Los geht's! Na, was erwartet uns hier? Ich hoffe, dass ich irgendwann etwas so lieb, wie Soren die Städte liebt. Jesse, wenn wir nur einen Moment schlafen können... Es muss nicht sehr lange sein. Du brauchst eine Hand? Ich? Keine Angst. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich entschuldige. Das ist alles, was ich brauchte. Wir können weitergehen. Oh, so viele Städte. Es ist eine... Städte. Es ist besser nicht ein langer. Jesse, ich glaube, dass der Sonne zu dir gehört wird. Hier geht's. Was? Die Ehre in den Leiter aufzukrabbeln? Das ist ja ganz toll. Balltür, öffnen. Und... Was? Was sehen Sie? Bitte, nicht mehr Städte. Es ist das schönste Ort, den ich noch gesehen habe. Was? 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 Das ist mein Körper, Axel. Oh ja. Oh ja. Das ist Wolle. Was? 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 Wir kamen hier für nichts. Wir kamen hier für nichts. Was müssen wir jetzt noch tun? Wir kamen hier für Sorin. Und für seine Vermittelbombe. Das ist noch der Plan. Schau mal auf, Jesse! Wenn der größte Entwickler der ganzen Zeit lang Jahre auf diesem verarbeitet hat, was sind die Chancen, dass er diese Bombe überhaupt hat? Ich habe genug verrückt für einen Tag. Er sieht sehr gut aus. Er scheint sehr erschüttert. Vielleicht ist er zu Krieg. Es ist nur... Gib ihm ein bisschen Raum. Er wird okay. Was? Halt deine Gruppe zusammen? Gabriel! Hey! Hast du eine Idee, warum Sorin etwas so so bauen würde? Sorin war immer... strange... secretive... So... Wenn ich bin, würde ich mich zu sehen, für eine selbe Tür. Und den selben Mechanismus, um dieóste Tür zu öffnen. Wie geht's dir? Das Tudo geht, okay? Außer das Thema, dass ich langsam sterbe? Ich mag mich nicht verweist. Meine Überschuldung zu wöchern. Zweitens werden er in den Zeitraumose mehr verrückt. Das alles läuft, nicht? Ja. Das wird schlecht. Okay, alles in Ordnung. Wie denkst du, Soren zu gehen, ohne irgendwelche Begriffe zu lassen? Ein Master-Bilder. Sehr sekretiv. Ich denke, ich werde weiter nachschauen. Rennen wir mal mit. Olivia. Okay, reden wir mit beiden. Na gut. Na gut. Ach, Reuben. Na gut. Na gut. Ah, Reuben. Hm. 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 Da mal sehen. Du guck weiter deine rosa Wolle an. Petra. Ähm. Ah, du magst das, nicht du, Junge? Ach, das sollte nicht Petra heißen, das war wie eine Übersetzungsfehler. Das sollte wahrscheinlich Pet heißen. Im Sinne von streichen. Toller Übersetzungsfehler. Okay, da haben wir Wundzombie. Reden wir aber erstmal mit dem tollen Lukas. Was? 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 Gabriel ist worried about you. Listen, I know I've been prickly, okay? But. Jesse, I think. Something's wrong. With Gabriel. I mean, you haven't noticed. The lack of energy. The labored breathing. I... I wish I could tell you, but. I'm not supposed to talk about it. Wait. Talk about what? Jesse, if I'm right about this, you have to tell me. It's not fooling anybody. At least not me. Gabriel is sick. How long have you known? A while. But he asked me not to say anything. The weather infected him with something. So everything I was worried about, is true. This is my fault, Jesse. Gabriel's wither sickness, it's because of me. Hmm. There's no way this is because of you. If I hadn't choked, you would have been able to pull Gabriel out of that tractor beam sooner. For all we know, Gabriel didn't get sick until way after that. Maybe you're right. If one of our best fighters is sick, Do we even stand a chance anymore? Not like we haven't dealt with some grade A problems before, but... If we stick together, we can do anything. Anything. Even something that feels impossible. It just feels... Extra impossible now. Then we stick together. Extra hard. Okay. Okay. Maybe we don't have any Diver anymore. It would just make things... ... easier. If we don't have any Diver anymore. That's right. That's what I've just said. What do you see? Oh. Well. At least that's not made of wool. Must be all sorts of hidden water systems in this place. Such as though that많.. Ein Wollzombiey. Voltzombiey. Wollzombies sind mir die Liebsten. Ja, das war's. Aha, hier kommen wir jetzt. Gabriel, Schalter verwenden. Können wir nochmal mit Gabriel reden? Jesse. Lucas weiß was. Wie viel von was? Er sieht, dass du dich nicht gut fühlst. Ich versuche, zu halten. Aber ich werde weniger wachsen als die Stunde. Ich werde zurück. Ich werde hier sein. Können wir mit dem Auto reden? Ja, ich habe mit Lukas gesprochen. Ist er okay? Das war so ähnlich wie ihm da hinten. Ich meine, ich weiß, dass wir ihn nicht so lange kennen, aber trotzdem. Er wird gut sein. Er ist einfach... frustratiert. Wir können mit ihm empathisieren, nicht wahr? Und lauschen. Und lauschen. Es klingt wie... Die Musik kommt durch die Wache. Wir können doch den Schalter verwenden. Das ist heiß. Wir brauchen noch einen Schalter. Irgendwo einen übersehen. Ruben! Ich glaube, diese Wache fühlt sich ziemlich gut unter diesen Schalter, nicht wahr? Ruben! Jetzt aber noch einen schalter. Das ist doch ein Schalter. Hey Jesse! Hmm, hm. Danke. That's... weird. Hey, everyone. I think I found Soren's way out. Way to go, Jesse. That's awesome. I... I wish I could have been more assistance. When I think back to my glory days, I was so strong, so capable. Gabriel, don't apologize, really. I... well, I've... thank you, Jesse. We'll see what we can find in the rest of the house. I just hope we don't discover Soren as he's getting ready for bed. You always wore the most... revealing bathrobes. I guess the water system isn't just for the outside. Not that the outside was actually... the outside. The outside. You could fit hundreds of people in here. But it doesn't look like it's been used for much of anything. Okay. Oh, come on, there's a music here. Is that not... no, we're a bit down. Okay. Well, the music's louder. But I don't hear anyone talking in there. Why should he open up, if he's alone? Why should he open this door? My newest discovery. That's him! This time, I observe one place of lock on top of another block. What the... I heard a moment... It's just a recording. I hope I'm not imagining things. After all that, he's not even here? I... 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 We're no closer to Soarin' than before. Well, this record didn't turn on by itself. Huh. Good point. I guess he really likes the sound of his own voice then. Maybe there's something useful on this record. If I can figure out what he's talking about. Hmm. No. Huh? I've worked up a simple set of building instructions to inspire them. I will disguise myself and hide among them in order to observe them more closely. Huh? Huh? Hide among them? Hide among who? Hide among who? Uh... Jesse? Do you think Soarin is talking about... Them? The Enderman. I... I...